So, und hier haben wir unseren Graf Hubertus Burger mit einer Wildschwein-Bulette hier aus dem gräflichen Forst. Und dazu gibt es Kürbis, Wildschwein-Speck und Rockforkäse und natürlich schmackhafte Süßkartoffel-Pommes und Sourcreme. Ja, der frühe Vogel kann nicht mal so Kaffee kochen. Ja, ja, der Morgensvögel kann abends auch nicht fliegen. Ich meine, das frühe Vögeln entspannt den Wurm, das ist schon richtig, aber.